Ich versuche einfach, hier und jetzt zu leben und jeden Moment zu genießen und alles mitnehmen, was irgendwie geht. Und dass ich dann später, wenn es vielleicht irgendwann mal an dem Punkt ist, wo ich manches nicht mehr machen kann, dass ich sagen kann, ja, aber da, wo ich es noch machen kann, da habe ich es voll und ganz genossen. Familie war mir schon immer wichtig. Klar, jetzt, das schweißt mehr zusammen, aber Familie war schon immer irgendwie das A und O bei uns. Mein persönliches Bildanzug, der erlindert einfach die Spastik und durch den ist es mir auch inzwischen möglich, zu stehen und auch auf ein paar freie Schritte zu gehen. Ja, ich möchte halt einfach auch versuchen, André zu zeigen, hey, es gibt Wege und es lohnt sich zum Kämpfen und das Leben ist einfach lebenswert.